Die Bildungsinitiative Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe bietet eine sehr gute Plattform, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu verschaffen, in Arbeitsabläufe reinzuschnuppern, aber auch den Betrieben die Chance zu geben, Schüler näher kennenzulernen. Wir wollen die Schüler in ihrer Persönlichkeit stärken, in ihrer sozialen Fähigkeit stärken, auch in ihrer fachlichen Fähigkeit stärken. Und hier ist es natürlich auch dann wichtig, dass die Schüler Einblicke in die Zusammenhänge der Berufswelt haben, den Kontakt mit Menschen auch außerhalb der Schule haben, sodass das erworbene Wissen in der Schule auch den Praxisbezug und die Veranschaulichung im wirklichen Leben hat. Heutzutage ist es ausgesprochen wichtig, unterschiedliche Berufszweige kennenzulernen und Einblicke in die Zusammenhänge zu haben. Ein Wirtschaftsunternehmen wie die Daimler AG Gagenau kann oft praxisnähere Lernbedingungen schaffen, als die Schulen zur Verfügung haben. Durch die jahrelange Erfahrung aus der Wirtschaft wissen diese am besten, was die Bewerber später einmal erwartet. Diesen Vorteil sollte man sich zu Nutzen machen. Wir bieten an, uns zu besuchen im Rahmen eines Schülerpraktikums oder eines BOKIS, Berufsorientierung für Gymnasiasten, dort in den Ingenieursberufs reinzuschnuppern, eine Woche lang. Wir bieten an, Elternabend, wo wir Schüler und Eltern beraten über unsere Berufe, oder auch ein Bewerbertraining, wo die mal so eine richtige Bewerbungssituation auch erleben können, so eine Gesprächssituation, um das ein bisschen zu trainieren. Die Zusammenarbeit zwischen dem Albert-Schweizer-Gymnasium und der Daimler AG besteht schon seit mehreren Jahren. Durch die Vertragsunterzeichnung schafft man nun eine Vertiefung. Durch diese Kooperation die Möglichkeit besteht, Wege aufzuzeichnen, dass diejenigen, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind in unserem Murgtal, auch sehen, dass man nicht unbedingt nach dem Studium immer weit weg aus seiner Heimat muss. Und diese Möglichkeiten aufzuzeigen, ich glaube, dazu trägt diese Kooperationsvereinbarung auch bei. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Schüler nicht nur von den Eltern, sondern auch andersweitig auf sinnvolle und erfüllende Berufe hingeführt werden.